das nächste was ich hier einmal einleiten möchte wir werden also ihr habt vielleicht mitbekommen es gab weiter einen weiteren vorfall von kultureller aneignung diesmal in der schweiz und es haben sich ein paar leute angegriffen gefühlt weil eine band lauwarm heißt diese band ich glaube von denen waren zwei von fünf künstlern hatten dreadlocks und ein paar aus dem publikum fanden das ganz ganz doll böse und rassistisch weil das kulturelle aneignung ist und sowas geht ja gar nicht und ich habe bevor wir uns den artikel dazu einmal durchlesen habe ich einmal ein kleines video was glaube ich das ganze problem relativ gut zusammenfasst da schauen wir uns einmal ganz kurz an dieses video sorgt gerade für große ich habe gerade eingeschissen hier you think my outfit is offensive are you mexican no yes i think it reaffirms stereotypes that are offensive to people it's not yours do you find my outfit offensive yes yeah why because it's not your culture you don't really understand what their culture means and what it means to wear these things like the hats and the maracas you know you sort of have to understand where all of this comes from for it to not be cultural appropriation ja also ihr habt wahrscheinlich verstanden der ist einfach auf der straße rumgelaufen hat dann irgendwelche leute die mit der mexikanischen kultur nichts zu tun haben gefragt dem alle gesagt das ist kulturelle aneignung und du kennst dich mit der kultur nicht aus deswegen ist es rassistisch und jetzt geht er einmal woanders hin das my outfit offend you you look nice do you like my costume yes ja ich glaube dass fast das ganze problem ziemlich gut zusammen leute die mit dem ganzen quatsch nichts zu tun haben fühlen sich da angesprochen beziehungsweise denken das wäre irgendwas was andere leute rassistisch beleidigt oder sonstiges aber die leute die eigentlich rassistisch behandelt sich rassistisch behandelt fühlen müssten die sagen ich finde es cool ich glaube das fasst das ganze ziemlich gut zusammen ja man kann mir jetzt hier vorwerfen also ich weiß es ja nicht weiß noch nicht wer das hier war dass das einfach nur zusammengeschnitten war und er hat sich jetzt die besten rausgesucht aber ich glaube dass das ziemlich gut das aktuelle problem zusammenfasst und daraufhin werden wir uns jetzt einmal den artikel hier durchlesen und zwar der artikel heißt vorwurf der kulturellen aneignung weil weiße musiker rass das trugen und reggae spielten band muss konzert abbrechen die schweizer band lauwarm brach am 18 juli ein konzert in bern ab der grundteil des publikums warfen der band kulturelle aneignung vor das ist im endeffekt ähnlich wie damals schon dieses problem mit ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß aber die auf der fff konzert spielen sollte das dann abgesagt wurde beziehungsweise ihr wurde ja per twitter nachricht abgesagt weil sie rassistische weil es rassistisch ist dass sie als ronja malzahn genau dass sie als weiße person rasterlocken trägt das ist natürlich sehr rassistisch und so ein vorfall haben wir jetzt noch mal aber was denn da genau passiert wir lesen einmal bern nürnberg bereits im märz wurde der der weißen musikerin ronja malzahn von vertreterinnen und vertreter der friday's for future bewegung kulturelle aneignung vorgeworfen während ihrer filzlocken durfte sie nicht auf den demonstrationen der klima bewegung spielen nun geht ein ähnlicher fall durch die öffentliche debatte konzertabbruch in der schweiz weil weiße musiker reggae spielten lesen weiter knapp 1400 follower bei instagram viel vierstellige klick zahlen auf der video plattform youtube nur wenige durften dürften die schweizer band lauwarm ein begriff sein die fünfköpfige gruppe aus bern konzentriert sich auf schweizer dütze mundart gesang mal in der gesungen dialekt von zarten volks klängen ummantelt sehr schön ausgesprochen mal von rhythmischen reggae ein jüngstes ereignis dürfte der gruppe nun einen ungewollten karriereboost verschaffen haben musik spielt dabei nur eine sekundäre rolle ja hier auch wieder ja gleichzusetzen mit der aktuellen böse debatte um dem song leila kein mensch also wenige menschen hätte dieser song auch nur ansatzweise irgendwas gesagt oder auch nur ansatzweise irgendwie gejuckt aber weil die ganzen empörten leute daraus so ein thema gemacht haben ist leider jetzt ich glaube dauerhaft auf der 1 in deutschland und bekommen sogar jetzt irgendwie einen preis für besten sommerhit oder so ich glaube das habe ich irgendwo gelesen vorhin und er hat durch diese empörung verstehen die leute gar nicht dass sie damit eigentlich das was sie doof finden damit sehr weit nach vorne pushen das gleiche passiert ist ja das gleiche passiert ist ja auch wieder weil kein mensch kümmert sich um die band lauwarm merkt man ja hier und durch diese empörung gibt es jetzt leute die sich halt über lauwarm informieren sich da videos angucken oder sonstiges einfach nur um selber mal reinzuschauen um zu gucken ist das denn wirklich so eine böse böse nazi band ich weiß nicht weiß nicht ob das ich habe überlegt auch schon bei dem thema leila natürlich aber auch wieder hier ist es möglich dass jemand das genau so wollte eben das zu forcieren indem man es wie soll man sagen versucht oder oder vorgeschoben versucht irgendwie durch den schmutz zu ziehen um dann eben weil es verboten oder kontrovers ist hier aufmerksamkeit zu generieren oder ob es wirklich leute sind die es ja die das ernst meinen was sie da sagen also ich bin mir ziemlich sicher dass das wirklich ernst gemeint ist von den leuten die sich empört fühlen bei der wogen gesellschaft die wir haben wundert mich nichts gar nichts also mich mich wird dein vorschlag auch nicht wundern wenn ich meinen ja irgendwelche pläne zu schmieden dass man mehr erfolg hat ist ja jetzt auch nichts neues aber bei der gesellschaft in der wir leben finde ich das durchaus sehr nachvollziehbar dass da sich leute hinstellen und sagen der trägt rastas der ist ein nazi es ist einfach eine clouds welt es ist und bleibt einfach eine clouds welt ich hoffe ich hoffe immer dass das falsch ist aber leider also mein gefühl sagt dass du wahrscheinlich richtig klickst mit deiner einschätzung wir lesen mal kurz weiter gerne äh bei einem konzert in kult lokal und restaurant brasserie lorraine ich kann kein französisch in der schweizer hauptstadt bern trugen zwei der fünf musiker dreadlocks eine filzfrisur die eng mit der rastafari kultur verknüpft ist zudem sollen die musiker farbige kleider aus senegal oh mein gott und gambia getragen haben hui einige besucher hätten laut des veranstalters ein unwohlsein mit der situation gefühlt sie warfen der band kulturelle aneignung vor die veranstalter setzen die musiker während der pause über die kritik einiger zuschauerinnen und zuschauer schön gegendert in kenntnis darauf brach die gruppe das konzert ab das heißt ein paar leute die dann im publikum saßen haben sich dann natürlich empört gefühlt die hatten dann aber ja wenig eier den leuten das ins gesicht zu sagen sondern sind dann zum veranstalter gegangen und sagten hier da das finde ich doof die haben rasterlocken ich fühle mich offended und ja dann wurden die musiker darum darüber informiert und die haben dann für sich selber entschieden okay wir brechen das ganze ab jetzt würde ich dich fragen neu sie weil ich habe da auch so eine gespaltene meinung würde ich sagen findest du das eine gute reaktion von der band oder würdest du sagen hätten sie durchziehen sollen das habe ich gerade überlegt diese frage ich finde es schwierig zu beantworten wenn man nicht dabei war weil man nicht weiß aus welchem grund sie es wirklich abgebrochen haben dass sie sagen okay wir beugen uns dem und brechen deswegen ab oder dass sie sagen hey komm diesen scheiß geben wir uns nicht wir gehen jetzt ja also das kann man so ja nicht mal ist man steckt ja nicht drin von dem her finde ich es schwierig zu beantworten ich weiß es nicht ich glaube ich persönlich hätte es weiter gemacht aber ich kann nur für mich sprechen es ist ja auch immer die sache klar man kennt das man hat 100 leute die es toll finden und zwei die irgendwie dagegen schießen und genau die zwei sitzen die ja wochen lang wie ein stachel im fleisch aber es schwierig wenn man nicht dabei war und auch gerade eben dieses thema ist sehr sehr sensibel wenn ich sage okay mit mir gefällt die stimme von dem sänger nicht das ist geschmackssache ja aber oder von der sängerin wurscht nicht gender aber das ist eine geschmackssache die individuell ist aber eben gerade dieses thema ist ja zurzeit so so weit oben und und auch bestimmt sensibel ja möchte ich gar nichts möchte ich gar nicht absprechen deswegen weiß ich nicht ich glaube ich persönlich hätte es versucht weiter zu machen und möglicherweise sogar mit denen ins gespräch zu kommen einfach nur um zu erfahren was ist das problem also ich persönlich weil das große problem ist ja auch ich meine wenn man alleine nur von der beschreibung der band jetzt liest jemand geht man auch einfach prinzipiell davon aus das sind auch irgendwelche links grünen einfach nur von der beschreibung böse schubladen denken hier ich weiß ich bin ein ganz böser hetzer aber ich meine die leute werden sich ja wahrscheinlich dann kurz unterhalten haben und gesagt haben passt auf wir sind auf jeden fall gegen rassismus und wenn uns das jetzt vorgeworfen wird bla 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 lasst uns das mal abbrechen und dann reden wir doch mal in ruhe drüber und dann gucken wir wie wir damit umgehen und wahrscheinlich also für mich ist dann wichtig wie die dann in der zukunft damit umgegangen sind oder umgehen werden das finde ich dann auch sehr wichtig also wenn es jetzt um mich gehen würde ich hätte mich über diese leute lustig gemacht ich hätte wenn ich wieder auf die bühne gegangen wäre hätte ich mich über diese leute hart lustig gemacht ich hätte daraus eine kleine show gemacht und quasi das extra noch mal so ein bisschen aufgezogen das wäre glaube ich die die der beste umgang damit wenn man eben diese ganze boke agenda und diese ganze dumme ideologie halt einfach sowieso schon als witz betrachtet wäre das glaube ich für mich die beste der beste umgang gewesen ich habe ja übrigens ich habe übrigens zwei gute einwände einmal von xotox hat geschrieben ganz klar kommen die aus bern klingt wie bernd bernd höcke gleich afd nahe nazis also wird es sehr wahrscheinlich also kann ich es tatsächlich jetzt doch vielleicht ein bisschen besser verstehen ja ja und etzio auditoren hat geschrieben die hätten dann einfach leile abspielen sollen oder irgendwie der schwarze zigeuner oder sowas das hätte wahrscheinlich auch funktioniert ja wir lesen mal kurz weiter so unter dem begriff der kulturellen aneignung versteht man einen begriff der insbesondere als kritik an mitgliedern einer privilegierten bevölkergruppe die kulturelle elemente einer unterdrückten bevölkerungsgruppe reproduzieren und sich an jenem elementen bereichern in erscheinung getreten ist einfach ausgedrückt man nimmt sich ohne zu fragen die aus der kultur einer unterdrückten bevölkerungsgruppe und schöpft daraus eigenen nutzen rastafari frisur und reggae musik sollten laut kritikern lediglich indigenen jamaikaner jamaikanerinnen und jamaikanern vorbehalten sein als weißer dreadlocks trägt betreibe demnach kulturelle aneignung das sehe ich genauso das geht gar nicht absolut nicht das geht wirklich gar nicht vor allem dieser nutzen den man daraus zieht wenn man blonde dreadlocks trägt also der ist immens ja also ich frage mich warum leute wirklich denken wenn ich mir eine dreadlock frisur mache dass ich das in einem negativen kontext mache warum das ist doch zu ich würde behaupten zu 99,9 prozent der fall leute die sich eine dreadlock frisur machen machen das weil sie diese frisur gut finden und vielleicht diese vielleicht ist es kulturell angehaucht dann einfach diese kultur mögen da die leute es wird ja vorhin gesagt sie haben auch kleider oder kleidung getragen aus afrikanischen ländern das hat für mich genau den beweis dafür dass sie einfach diese kultur cool finden die wollen sich daran nicht bereichern mit ihren 500 followern da auf instagram sondern sie möchten sehr gerne einfach nur zeigen cool guck mal wir finden die afrikanische kultur toll das wäre auch meine auffassung gewesen wenn ich wenn ich mich irgendwo ja wenn ich sowas mache eben dreadlocks trage oder die kleidung trage dann dann sage ich damit hey ich finde das toll das ist mehr oder weniger eine homage an die kultur so würde ich das persönlich aufpassen als zu sagen ich ich eigne mir da was an oder ziehen nutzen daraus weiß ich natürlich nicht da bin ich auch zu wenig im thema aber ich persönlich wenn ich das mache oder wenn ich mich irgendwo an angleiche wo ich viel mit zu tun habe oder mich wieder finde dann ist es immer eine also von meiner seite aus positiv empfundene reaktion auf jeden fall ich weiß nicht ob man die auch negativ lesen kann aber ich für mich würde sagen wenn ich wenn ich das mache dann mache ich das weil ich dieser kultur sagen will ich finde das toll und ich sehe mich in euch wieder ja und wenn ich also ich persönlich habe für mich glaube ich noch nie irgendwie eine schwarze person mit einem zopf gesehen also ein standard pony zopf da keine ahnung wie man das ausdrückt ist das denn jetzt kulturelle aneignung wenn eine schwarze person mit dem zopf rumläuft oder blonde haare hat oder so muss ich mich dann auch aufwendet fühlen muss ich als deutscher mich dann hinstellen und sagen nein dieser schwarze mensch dort der unterdrückt mich ich glaube da scheitert es an der definition der unterdrückten kultur ich habe ja ab heute geschrieben vor ein paar stunden auf jeden fall auch darüber nachgedacht und dazu was was ist dieses thema wo beginnt es dass man eine kulturelle aneignung betreibt wo hört es auf welche bereiche umfasst es und kultur ist ja immer auch eine momentaufnahme der zeit oder das zeitgeist ja wo fängt das an wo hört das auf darf ich dann nicht mehr zum italiener um die um die ecke eine pizza essen ist es auch kulturell angeeignet dann oder was ist das also verstehst du was ich meine ja klar wo beginnt es wo hört es auf also wahrscheinlich wird das große problem sein weil dann wird ja auch am anfang jetzt hier bei dieser passage davon gesprochen von wegen privilegiert sein weil die privilegiertere völkergruppe dann die unprivilegierte völkergruppe dass man sich da irgendwas draus nimmt das heißt wenn dann eine unprivilegierte völkergruppe was von den privilegierten nimmt ist es dann wiederum weltoffen ja das ist natürlich was ganz anderes denn wir wissen ja alle rassismus gegen weiß existiert einfach nicht auf gar keinen fall wo ist die deutungshoheit darüber was es privilegiert und was es unterprivilegiert vielleicht fühlt sich die eine gruppe von menschen nenne ich jetzt mal gar nicht so unterprivilegiert wie die andere sie sie wähnt ja weißt du was ich meine dass ich finde es total ich fände es voll schwierig das einzugrenzen ganz ganz komisch ganz schwammig also die frage finde ich tatsächlich interessant hier von metal berlin darf ich dann noch beim chinesen mit stäbchen essen ja genau zum beispiel es jeder chinese bei dem du essen gehst und sagst hier könnte ich vielleicht stäbchen haben ich kann damit nicht so gut essen ich probiere es gerade dann sagt der chinese cool hier hast du stäbchen ich kann dir auch ein bisschen helfen wenn du willst kann ich dir beibringen es also es gibt doch keinen chinesen auf der ganzen welt das das unterstelle ich jetzt einfach mal allen chinesen auf dieser welt der sich hinsetzt und sagt nö ich fühle mich jetzt voll diskriminiert weil dieser dumme deutsche sich da hinsetzt und versucht das zu tun was ich mache und zwar mit stäbchen essen also er er feiert er feiert die art und weise wie meine kultur das essen in sich rein stopft das heißt ich finde das doof oder was das ergibt doch überhaupt keinen sinn wie kann man sich denn bei jeder scheiße angegriffen fühlen also wenn wenn ich jetzt keine ahnung ich gehe jetzt einfach mal da ich sage jetzt der deutsche steht absolut dafür dass er sich die haare was weiß ich zum euro käsen geld das hat jetzt der deutsche erfunden ist wahrscheinlich nicht so aber wir tun jetzt einfach mal so ich habe ich war ich war der allererste mensch der das in dem ganzen leben jemals gemacht hat und dann machen andere das fühle ich mich dann rassistisch behandelt oder sage ich dann guck mal cool der findet das gut deswegen macht er das nach das finde ich ja cool ich als ich als mensch der noch ein bisschen rückgrat hat sage dann wo guck mal findet das cool ja das freut mich aber genau und ich kann mir also wirklich ich kann mir vorstellen dass wenn du einen relativ normalen schwarzen fragst der auch nicht komplett indoktriniert ist von der ganzen woken scheiße hier dass der sagt wo guck mal der der trick dreadlocks der findet unsere kultur geil da kann ich mir auf jeden fall das kann ich mir vorstellen ja da bin ich mir auch relativ sicher zumal solche gesprecher auch durchaus stattfinden also aus meiner erfahrung ich sehe gerade hier im chat astrid schreibt finde ich cool weil es war auch mein gedanke witzigerweise kein dirndl mehr für nicht bayern wenn man hier so in sechs oder sieben wochen mal nach münchen guckt da ist so eine kleine private veranstaltung und da siehst du ganz 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 viele menschen die alle nicht von hier sind oder hier leben die tragen dann ja okay so was ähnliches wie das was wir eine tracht nennen ja aber egal das ist ja und warum machen die das warum machen die das weil die das weil die das schön finden richtig oder oder weil sie es lustig finden wie auch immer sie kommen zu diesem fest und und machen sich da irgendwie gedanken drüber klar das eine ist mehr oder weniger aufwendig aber das macht nichts es geht einfach darum dass sie sagen wir wollen diesen flair der hier herrscht haben und wenn ich auf dieses fest geht dann will ich den weil sonst gehe ich da nicht hin und dann mache ich da etwas wo das outfit oder was auch immer meine lebensweise zumindest in diesen zwei tagen oder was ich da halt bin das unterstreicht und ich da müsste mich auch angegriffen fühlen im endeffekt du kannst du kannst das ganz einfach zusammenfassen indem du sagen kannst die zelebrieren das die zelebrieren das auf einer positiven art und weise dass jetzt in dem fall dann in dem oktoberfest das einfach auf mit trachten dass wir das mit trachten machen wer wir trinken 15 maß bier und und tragen dirndl auch als kerl kann man heutzutage dirndl tragen ist ja völlig in ordnung und fühlt man sich da als bayer dann auch nur ansatzweise irgendwie unterdrückt oder sonstiges nein man sagt sich guck mal selbst der was weiß ich engländer der jetzt gerade hier auf dem oktoberfest ist findet unsere trachten cool der zelebriert mit uns das ist auch was geiles das ist das ist einfach gästekultur ist ja schön ich meine wie gesagt die 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 echten trachten ist auf den unterschied zu dem was im oktoberfest getragen wird aber das geht es nicht es geht einfach darum dass man sich kennen lernt und mal hallo sagt hey wo kommst du ja was machst du wer bist du wer bin ich lasst uns spaß haben punkt ja und da fühle ich mich nicht angegriffen wenn der wenn der sich da ich nenne es jetzt mal auch mal verkleidet weil gibt wie gesagt die die echten trachten und das was so aussieht wie aber um das geht es gar nicht sondern einfach nur du kommst dahin du möchtest leben was da passiert und dann machst du das halt mit das gleiche ist ja auch das war ja schon immer so ein dummes thema bezüglich karneval da ist dann dahin das ist davon ja auch nicht mehr dass man sich als indianer verkleidet oder so selbst indianer zu sagen ist ja schon rassistisch weil das sind ja ureinwohner amerika das machst du doch nicht weil du den indianer jetzt gerade irgendwas schlechtes willst sondern weil du das cool findest in dem moment indianer zu sein das heißt du meinst es positiv du willst gerade zeigen guck mal ich bin cooler indianer bestimmt nicht weil du auf karneval hingehen willst guck mal leute lacht mich aus ich bin indianer ganz genau also das thema ja wir lesen mal kurz weiter entschuldigung ich wollte ich nicht unterbrechen so würde man das hier hatten wir gerade nein das hat man noch nicht doch hatten war der frontmann dominik blumitt hat äußerte sich per video interview auf der webseite der züricher tageszeitung blick zu den vorwürfen und der situation von den beschwerden hätte die band zunächst nichts gemerkt als wir unser erstes set songs als wir erst unser erstes set songs spielten herrschten herrschte eine gute stimmung die leute hatten freude es war nichts von unbehagen zu spüren ja das zeigt auch wieder dass sie einfach nur alle da waren um ein bisschen zu zelebrieren kritiker blieben unsichtbar während der pause seien die betreiber dann auf die band zugegangen und hätten sie über die beschwerden aus dem publikum informiert nach dieser ansage war es uns unwohl und wir entschieden uns für den abbruch sagt plummet hat die person aus dem publikum welche die beschwerden äußerten seien unsichtbar geblieben ein klärendes gespräch blieb aus das ist halt auch so geil klar ich kann ihn jetzt nicht unterstellen den leuten dass sie jetzt auf die bühne gehen sollen und dann mit den leuten reden aber man kann doch einfach abwarten dann zum beispiel ich denke mal die band ist jetzt nicht unpässlich weil das ja keine plus was weiß ich was band ist sondern die haben 1400 follower das heißt du wirst sie wahrscheinlich nachher auch noch mal abpassen können und mit denen reden können und dann kannst du doch einfach mit denen vermeiden den diskurs gehen und fragen hier lieber herr plummetatz du trägst dreadlocks findest du nicht dass das kulturelle aneignung und rassismus ist dann hätte der herr plummet hat es ja schon gesagt pass mal auf ich liebe diese kultur das ist für mich einfach nur ein zeigen von positivem interesse an dem ganzen und deshalb hat das nichts mit rassismus oder kulturelle aneignung zu tun sondern mit einem ja ich finde diese kultur gut und ich ja ich finde es halt schade dass dann einfach nur wie wie in der schule in der fünften klasse dass man dann hinter dem rücken der lehrerin petzt und sagt er hat das und das gelagt und damit abgebrochen also ja das ist sehr sehr schade wenn man wenn man schon so weit geht um zu sagen hey dieser mensch betreibt kulturelle aneignung dann wäre es doch eigentlich ich nenne jetzt mal gerade raus zu sagen hey ich möchte wissen warum er das macht oder ich möchte ihm das auch direkt ins gesicht schleudern wenn es mich sauer macht ja wirklich ist ja möglich dass man dann nicht einfach unsichtbar ich nenne das jetzt einfach mal feig zu sagen ich bringe mal kurz alles durcheinander die haben alle einen schönen abend mir gefällt da gerade nicht und deshalb mache ich das jetzt einfach mal kaputt so wie es geht und anscheinend hat es auch funktioniert oder man weiß nicht wie die band oder warum die band so entschieden hat wie sie entschieden hat aber ich fände das gerade raus zu sagen leute ich finde das doof weil ja ich gehe mal davon aus dass sie schiss hatten vor einem negativen shitstorm oder so ganz genau ganz genau die möglichkeit für ein klärendes gespräch auch mal vielleicht so wenn es so 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 unsichtbar bleibt dann hat natürlich auch die band hier keine oder die die band mitglieder keine möglichkeit sich weiter zu äußern und möglicherweise hätte man das klären können positiv wäre doch schön gewesen na gut aber im endeffekt das ist auch genau das gleiche was passiert wenn du mal versuchst mit einem woken streamer auf twitch über das ganz zu debattieren schreibt das in den chat und du wirst sofort gebannt sofort teilweise auch nur aufgrund eines namens du wirst sofort gebannt weil es kommen keine argumente weil diese leute keine vernünftigen argumente gegen uns vorzubringen haben außer wie immer moral und fühlis das ist schon öfter passiert chris kann davon lied singen ich kann davon lied singen und genau das gleiche wird hier auch sein wenn die die leute wissen ganz genau wir sagen jetzt einfach wir fühlen uns unwohl beziehungsweise dass da ist rassismus und dann wird denen wird gefragt ja warum denn kannst du das genau erklären also die leute zelebrieren die kultur und finden die cool was dann jetzt rassismus haben die keine argumente deswegen geht man auch dieser diese diese debatte aus dem weg ja die bleiben meistens ist auch draußen so wenn man sich auf der ich nenne es jetzt mal auf der straße trifft ja dann ist es ähnliche situation richtig so wir lesen noch mal weiter zwei seiten habe ich noch begegnungen allen begegnen allen kultur mit respekt die band reagierte auf den vorfall am 18 juli mit einer stellungnahme auf instagram das ist jetzt das wichtige finde ich mit dem thema der kulturellen aneignung wurden wurden wir als band noch nie direkt konfrontiert wir begegnen jeden oder allen kulturen mit respekt wir stehen aber auch zu der musik welche wir spielen zu unserem erscheinungsbild und zu unserer art wie wir sind grundsätzlich denken wir dass über die definition und unterschiede von inspiration und aneignung diskutiert werden muss heißt es im instagram post der gruppe ich persönlich finde das ein ziemlich gutes statement für leute die jetzt halt versuchen im shitstorm oder so aus dem weg zu gehen also ich werde glaube ich ein bisschen forscher und wird fragen ob den allen ins gehirn gekackt wurde und doof gesagt aber es ist auf jeden fall kein einknicken klar kann man denen jetzt vorwerfen dass die abgebrochen haben aber ich glaube dass sie einfach ziemlich überfordert waren mit der damit diesem vorwurf und mit der angst vielleicht was da passieren könnte aber dass sie sich halt jetzt so mit dem statement dann hinsetzen und sagen passt auf leute versteht doch einfach mal dass das hier was anderes ist eine als eine aneignung in dem fall sagen sie jetzt inspiration und finde ich gut ich finde ich finde ich auch einen starken starken post kann kann man gut zu stehen lassen also lauwarm wird das hier nie sehen aber das statement ist ist vernünftig sehr gut und wir lesen noch einmal kurz sehen abschied den vorwurf der kulturelle eignung wie es plummet von sich nach eigenen angaben habe er selbst eine schwarze großmutter ich habe sklaven vorfahren aus afrika so plummet es dies spiele allerdings keine rolle sagte der musiker würden wir einflüsse und kulturen so streng trennen dann dürfe man als schweizer musiker generell nur noch volksmusik machen was ziemlich eintönig wäre ein sehr gutes statement ich sehr gutes statement finde ich gut zumal im endeffekt haben doch die wolken leute die sowas wie schubladendenken verurteilen schubladendenken betrieben denn sie haben gesagt bloß weil das ein weißer ist es ja auszuschließen dass der irgendwas mit dieser kultur zu tun hat und deswegen eignet er sich diese kultur an und mit seiner mal seiner aussage hat er sie ja komplett die bond indem er gesagt hat du auch wenn ich weiß bin aber ich habe halt vorfahren aus afrika und somit ist halt das was uns immer vorgeworfen wird schubladendenken haben diese leute betrieben und sind damit auf die fresse gefallen ich finde auch absolut also das ist ja das problem dabei dass man ja wenn man so nen so einen satz von sich gibt wie du betreibst kulturelle aneignung man müsste ja ganz ganz weit zurückschauen können alleine schon in die geschichte dieser person mit der man gerade spricht oder die man gerade anspricht du weißt nicht alles über jeden punkt ja ja und somit auch wieder ein wunderschönes eine wunderschöne geschichte und woker kritik die absolut ja nach hinten losgegangen ist die null argumente mit sich trägt und einfach nur versucht dieses diese ideologie durchzudrücken sich damit quasi selbst ins bein geschossen wird aber ja wenigstens sind sind die musiker dann ja so und so standhaft geblieben und werden sich dagegen das finde ich gut ja und absolut berechtigt ich denke sie haben da keinen ansatz in diese richtung irgendwo ja sehr schön das war unser wunderschöner beitrag zu kulturellen aneignung die wir hier ja würde ich sagen ganz gut die bonken konnten ich weiß nicht ob es gut ist zu sagen meine vorfahren sind uhren warum was daran so schlimm wenn die auto afrika theorie stimmen dann haben wir alle vorfahren in afrika ja guck mal dann dürfen wir doch alle mit dreadlocks herum rennen moment wie ein euro bürger ja selbst ist doch scheißegal was wir vorfahren hast man ist wenn du wenn du dich da hinstellst und dich über die kultur also lustig machen auf eine welche scherzhaft art und weise ist ja auch wieder was anderes als sich über diese kultur wirklich zu echauffieren bzw die runter zu machen und wie viele leute machen sich wirklich über eine kultur wirklich richtig ja auf eine böse art und weise lustig es sind glaube ich nicht allzu viele und dann ist es auch keine frage der dazugehörigkeit oder dem gefühl dazu zur eigenen kultur sondern das ist einfach ein schlechter charakter der sowas macht das hat mit kultur nichts mehr zu tun und der macht sich auch über über alles lustig denke ich wenn jemand so drauf ist wie du gerade beschreibst oder beschrieben heißt heißt die band lauwarm zusammengeschrieben lauwarm heißt sie wie du bist 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 Vielen Dank.